So, die Spinne, die Spinnbahn ist auch schon da. Bis zur Brücke würde ich sagen, kann man ja mit diesem Low-Stone arbeiten. Zack. Da hab ich gesprungen, zack. Ähm, würd ich sagen, da kann man auch diese anderen Laternen oder so nutzen. Ich mach die jetzt alle näher und die kann man ja mit einer Leichtigkeit wieder umändern. Sag ich jetzt mal. Mach ich jetzt einfach mal in meinem Jugendlichen leichtsinn. So. Warte mal. So. Ähm. Zack. Wir machen mal ein paar. Ja, oder auch nicht. So. Fressi, fressi müssen wir mal wieder machen. Ganz wichtig. Die Spinne geht mir in den Sack. Ganz leicht, aber auch nicht. Zum Glück. Achso, ich könnte mal eben die Lava loswerden, hier. Äh, hallo? So. Ja, hier hat sich auch schon wieder... Zeus gebildet. So. Äh. So. Achso. Achso. ist schon wieder empty, ne? Ja. Deswegen bin ich nämlich auch hier runter gegangen. so. Zack. Kann man den nämlich einmal voll machen, hier. Einmal. Also hier dieses, äh, ne? Gedöns. Ah, ging. Ich weiß ja nicht, ob wir so viele Bücher haben. Ich, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob wir so viele Bücher haben. Oder so viele Bücher brauchen. Aktuell gerade. So, jetzt können wir auf jeden Fall, äh, das wieder so mitnehmen. Dann haben wir vielleicht ja auch, äh, relativ... Jedenfalls sind es noch mal Zeit da. So. Ähm. Dann mal ganz oben. Das Zuckerrohr mal eben wegpacken. Das Zuckerrohr wegpacken. So. 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 Zack, 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 zack. Zack, zack. Schon wieder auf Rot. Rot ist immer ein Zeichen von voll. Manche wären gerne voll, aber das ist was anderes. So. Mhm. Ihr seid... Bohnenpflanzen. Alles klar. Muss man hier auch wissen. So. Die nehmen wir mit. Da können wir nix. Mhm. So. Auch da haben wir jetzt, ne? Ja, das würde ich hier vielleicht ein bisschen umändern, wirklich. Hier noch und dann würde ich vielleicht, äh, übergehen zu diesen Fackel-Dingens. Würde ich gerne mal eben einmal angucken, ich hoffe, jetzt ist hier nix, nix, nix böses. Eine böse Pflicht im Argen. Dann... 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 Die Fackel ist dafür besser geeignet. Also ne... So ne Fackel auf jeden Fall nicht. Soll nicht schon einer von denen sein, ne? Äh, hallo? Vielleicht so ne Zweier-Konstellation? Vielleicht? Also sonst ist es auf Dauer, glaub ich, doch relativ teuer, oder? Wir probieren uns ja erstmal nur aus. Wir probieren uns ja erstmal aus, ne? So. Wie geklatschen für die bessere Wände. Hoch die Hände, Wochenende. Was ist denn da hin gesammelt? Ihhh, ein Auge. Herzlichen Glückwunsch. 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 von uns. Geburtstag. Ich bin gesundheitlich immer noch echt mega gedamaged. Also voll angeschlagen. Das fand ich immer so toll. Das habe ich nicht dabei. Sehr gedamaged. Gesundheitlich. Und die Faye gesundheitlich auch ziemlich. Und Hilfe. Und man muss natürlich sagen ist jetzt auch nicht unbedingt ein leichtes da irgendwo so die Zeit noch zu finden. Kann ich bis hier hin? Oder wo kann ich denn rüber? Kann ich denn rüber dann für Faye's Haus? Ach so. Dann kann ich mich einfach hier hin durchbauen, oder? Das geht auch. Kann man natürlich machen. Wenn ich jetzt noch mal wüsste, wo der Weg war. Ich muss noch viel weiter da rüberkommen, ne? Oh, oh, wir sollten ein bisschen was geben. Ich habe kein Bett dabei. Ich höre schon die Entstehung der... Ich weiß es ja nicht. Oh. Okay. Hier ist es ja dunkel. Au mal. Au. Also schnell kann keine Monster entstehen hier. Guck, da hinten muss ich immer noch mal ein bisschen nachbessern. Ansonsten sieht das schön fröhlich hell aus hier. Gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Sollen wir mal einen Burger verspeisen? Was soll ich mit diesem Auge, ey? Scheiße. Dieses Auge macht mich echt Kiri, ey. Ich lasse mein Auge da aus meinem Inventar entfernen. Ich kriege ja nur Angst zum Stämier oder so. So, ähm. Nehmen wir zur Vorsicht mit. Ja, gut. Da haben wir auch nicht mehr so viele von, aber was soll's. So. Hier müsste irgendwo auch dieser See sein. Achso, der ist hier, ne? Ja, ja. Hier ist dieser See. Alles klar. Oh, und wir müssten mal den Kackhaufen da unter, unter der Dinge wegmachen. Also hell war's an sich schon, ne? Können wir jetzt nicht anders, äh, anders sagen. Hell war's halt. Oh, die da wollte ich, weiß ich nicht mehr. So. Oh, jetzt auch nicht. Da kann man einfach mal so Erde drüber klatschen. Zack. Achso. Warte. Eigentlich wollte ich fehl geschlafen haben. Eigentlich höre sie die ganze Zeit quatschen. Was natürlich da dran liegen kann, dass, äh, die Kinder ihre Mutter auch einfach wachhalten. Nicht alle. Das, äh, das zweite Geburtstagskind im März ist nicht nur Kindergarten. Kann man mal so sagen. Zack, zack, äh, an. Kann man ganz sagen, wir müssen da weiterbauen. So. Jetzt können wir demnächst auch sagen, folge dem Weg, Fade. Weil wir uns dafür den Weg noch echt ein bisschen wird einfallen lassen müssen. Oh ja, wir müssen das mal sehen. Was ist das denn hier? Stopfen wir jetzt einfach. Was soll das? Was soll das auch hier, ey? Das ergibt keinen Sinn. Da rufe ich jetzt vielleicht, äh, dort. Ich finde, oder? Kann man da so so einen Weg zu sich hin und her bauen? Ja, aber, oder? Das geht schon. Wohin? Ich muss husten? Äh, okay. Ja, also weggehen. Ja. So, jetzt sind wir nämlich an dem Punkt angekommen. Jetzt habe ich nämlich auch fast, äh, keine, keine, äh, teilförmigen Blöcke mehr. Was jetzt nicht unbedingt schlimm ist. Lassen wir sie nämlich einfach weg erstmal. da passiert sowas schon mal. Mal gucken, dass wir irgendwie so vorankommen, ne? können wir nicht noch mal, ich hätte gerade bauen können, fühlt mir auf. Das war's. Schmagenisch. So. Dann geht es hier, dann nehme ich dann weiter. Dann lassen wir einfach wieder einen frei. Dann gehen wir mal ein bisschen zielstrebiger in diese Richtung schon mal. Der Weg ist das Ziel. Das Ziel hat leider keine Klötze mehr. Moment. Dann müssen wir noch mal ein paar machen. So. Sind wir denn, wir sind nicht mal ansatzweise in die, ja, wir kommen der Fee halt näher, aber es ist viel noch zu tun. Das kann man jetzt schon mal feststellen. So. 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 Du 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 de du 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 du.... Ah no cool. Alles okay. Du 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 du... B steel hast du bagspo? ich höre blöde Kühe hinter mir ich weiß nicht ob das besser gewesen wäre wenn wir hier in diese Richtung mehr vorgedrungen wären ich bin schon drüber ich bin schon okay so wie wir glaube ich gerade machen jetzt können wir uns halt nur ein bisschen leider gerade mehr halten aber ist auch nicht so schlimm ein bisschen noch mal ein bisschen freie räumiger vorgehen dann wir haben schon fast fast geschafft in die andere Richtung vorzubringen toll super intelligenterweise habe ich jetzt gar nichts mehr dabei jetzt habe ich keine Schippe mehr das ist nicht so gut aber wir können es wirklich schön machen Moment wir haben keine verstärkte Erde mehr das weiß keiner da habe ich reingemacht Pipi im Racker Entschuldigung muss ich selber lachen ich würde jetzt ein bisschen breiter in die Richtung es wird schon wieder dunkel ist aber wie schnell das dunkel wird hier das schlimme ist hier ist noch kein Licht hier ist das erste Licht erst hier haben wir noch nicht das geht eigentlich selbe noch ja gut hier ist ein bisschen los ja natürlich ja leck mich am Ende an sei denn des Wahnsinns warum gehe ich denn mit hoch und runter das weiß ich mal noch nicht das die das ist ja jetzt gerade nicht alle dem oder wird hier Lauf, Junge, lauf! Schnell ins Bett! Das war schon jetzt ein bisschen knapp, finde ich. Ich wollte mal ausprobiert haben nachher, ob wir auf die Brücke auch zwei Dinger setzen könnten. Würden wir vielleicht nochmal sparen? Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ein Glowstone oder zwei sparen. Schaufel ist das hier. Eine Diamantenschaufel, eine Goldschaufel. Kann das schon in Halbbarkeit 32 sehen. Ich meine, ne? Lala, 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 lala. So. Guck mal, ich habe auch noch Salz dabei ohne Ende. Ich müsste auch mal hinweg. Salz da rein. Wie viel Salz haben wir denn? Eingucken. 190 Salz ist nicht so viel, aber gut. Ein bisschen ist es dann. So, den Zombiekopf wollte ich auch mal eben wenigstens hier mal. Ne, man muss ja auch ein bisschen Ordnung halten hier. Man muss ja auch mal ein bisschen Ordnung halten. So, zack. Blümchen würde ich gleich gerne, ja. So. Ich finde, sieht gut aus hier. Äh. Mit dem verdorbenen Fleisch, Junge. Hast du Hunger oder was? So. Da steht auch mal einer. Ah ja, genau. Wir wollten mal ihn ausprobieren. Ähm. Also ich. Du nicht, aber ich. Äh. Ob wir. Auf diese Händebrücke. Das platzieren können. Zack. So. 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 τα. Ich glaub's mal nicht. Ach schade. Geht nicht. Diese hier schon kuhlfunken. Ich kann doch nachher was anderes machen. theorem. Ich muss mir mal überlegen wie ich das hier mache. Ja gut, da muss das weg, das macht das hier vielleicht noch ein bisschen in Beleuchtung rein krieg. Das sieht ja nicht gut aus, wenn man jetzt hier so einen Hackerhauchen da hat. Ups, ich bin auch da abgesoffen hier, so, zack, zack, glaub ich jetzt nix mehr, ne, wie krieg ich mitten in der Beleuchtung rein. Ich will nur einfach ein bisschen ausprobieren, ne. Das ist nix fix oder sonstiges. Da sieht man, mal ein bisschen sehen, ne. Toll, ich bin voller Experte. Alter. Lass mich doch mal da drauflegen. Ja, toll. K. Ah, jetzt bin ich auch drauf. Ich weiß echt nicht, ob das aussieht. Müssen wir doch einfach mal ausprobieren. Muss man sich mal anschauen, wer ist sie? Zack. Wer ist ein bisschen beleuchtet? Ich weiß nicht, ob man das irgendwie in so einem Grün machen kann oder so. Ich weiß nicht. Vielleicht müsste man auch hier irgendwie so die Lampen mehr ver... Ich weiß nicht. Da können wir nachher irgendwann mal die Faible fragen. Die ist da so ein bisschen, ne. Die weibliche Institution, ne. Die weibliche Institution, ne. War ich hier schon drin, ne? War die Fedo bestimmt schon drin, oder? Oh, ne. Wie hab ich... heaaah! Ciao. Äh, wo sind die Ausgaben? Ach, hier sind wir! Ach, guck mal. das sieht man gar nicht ne wo sich alles so zusammenläuft Jürgen könnte man eigentlich auch zugraben Nein, das mach ich jetzt nicht, keine Sorge Jetzt haben wir schon einen richtig großen Weg in Richtung Fae gebastelt Finde ich gut, hier haben wir noch ein bisschen die Plantage vergrößert, finde ich auch echt gut Wir machen schon einiges, oder wir sind einiges weiter als zuvor Das müssen wir einfach auch mal sagen Zack So Gut, Freunde, ich würde mal sagen, ich werde mich mal eben vom Acker machen Weil ich muss mal ganz dringend wohin Und dann schaue ich mal, was die Faise sagt Bis gleich, ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Tschüss